Seit 2017 steuert Bottas den zweiten Mercedes, und seither wird der Abstand zum britischen Rekordmann immer größer. Für dieses Jahr hatte er sich ein neues Rezept zurechtgelegt. Ich habe realisiert, dass sich vieles um die mentale Seite dreht, erklärte Bottas. Ich glaube absolut, dass ich um den Titel kämpfen kann. Tatsächlich hat der 31-Jährige heuer ein paar Mal aufgezeigt, mit einer Pole Position, Portimao, und schnellsten Rennrunden, Bahrain, Portimao. Dennoch waren dritte Plätze das höchste der Gefühle, in der WM-Wertung, vierter, hat er weniger als die Hälfte von Hamiltons Punkten. Eine ernüchternde Ausbeute, und für das Team von Toto Wolf ein Ärgernis, schließlich kann Bottas in dieser Form Hamilton im Titelkampf kaum unterstützen. Doch Bottas ist so etwas wie ein Baku-Spezialist. Er hat den bisher letzten Grand Prix in Aserbaidschan im Jahr 2019 gewonnen, 2018 verhinderte nur ein Reifenschaden seinen Sieg. Am Donnerstagabend hat Bottas dann Baku erreicht. Seinen Pressetermin hatte er zuvor vom Flughafen aus absolviert. Thema war sein verpatzter Boxenstopp zuletzt in Monaco, als die Mechaniker ein Vorderrad nicht lösen könnten. Das gelang erst im Werk in Brackli. Wolf hatte Bottas' Parkposition eine Teilschuld gegeben. Das hat mich schon überrascht, meinte der Finne nun. Aber, ich habe es dabei belassen. Joe Schauw Schauw Gerber Schauw Schauw Musik Musik